Kein Testament, wer wird Erberepper Kolios Nachlass? Die Frage um den Verbleib von Kolios, römisches Kreuz, 59, Nachlass ist gelöst. Ende September erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt. Während eines Besuchs bei einem Freund verstarb der Gangstersparadise-Interpret überraschend, vermutlich an einem Herzinfarkt. Lange Zeit war seither unklar, was mit dem Nachlass des Musikers passieren soll. Doch nun kommt endlich Licht ins Dunkel, wie jetzt bekannt wurde, sollen die Kinder von Kolios sein Vermögen erben. Wie The Blast berichtete, habe der Rapper vor seinem Tod kein Testament aufsetzen lassen. Daher habe sein ehemaliger Manager Jared Spoh sei nun gerichtlich veranlasst, dass das Vermögen des US-Amerikaners geschätzt wird. Aus Unterlagen, die dem Nachrichtenportal vorliegen, gehe hervor, dass Kolios sieben Kinder als potenzielle Erben in Frage kommen. Schätzungsweise 281. 544 Euro, in Form von persönlichem Eigentum sowie Geldanlagen, soll sein Nachwuchs demnach unter sich aufteilen können. Erst im Oktober hatte ein Sprecher des verstorbenen Rappers gegenüber TMZ bekannt gegeben. Dass seine Kinder von nun an immer einen Teil ihres Vaters bei sich tragen. Nachdem Kolios eingeäschert worden war, sollen sich seine Nachkommen je ein Schmuckstück mit seiner Asche darin angefertigt haben.